Niagara, ein Brettspiel von Thomas Liesching mit Illustrationen von Viktor Boden für drei bis fünf Spieler ab acht Jahren. Dauer laut Hersteller 30 bis 45 Minuten. Erschienen bei Zoch. Worum geht's? Tollkühne Abenteurer stürzen sich in die Fluten des Niagara, um wertvolle Diamanten und andere Edelsteine zu sammeln. Das Fieber überdeckt die Gefahr der nur wenig entfernten Wasserfälle. Wer hat die besten Nerven, sich die beste Beute zu sichern? Spielvorbereitung. Schachtel, Deckel und Boden so aneinanderlegen, dass eine durchgängige Fläche entsteht. Hierauf den Spielplan legen, dass die Wasserfälle nach unten abknicken. Neun Flussblättchen vom Seil bis zu den Wasserfällen auf den Plan legen, die restlichen drei daneben. Je sieben Edelsteine in die farblich passenden Fundstellen legen. Die Wolke auf das Feld 0 der Wetterleiste platzieren. Jeder erhält zwei Kanus einer Farbe, die an die Anlegestelle gelegt werden und die sieben Paddelkarten dieser Farbe. Der wasserscheuste Spieler ist Startspieler und bekommt den Schwimmring. Spielablauf Paddelkarte auslegen. Jeder legt eine Karte verdeckt auf sein Ablagefeld. Diese werden reihum aufgedeckt und abgehandelt, wenn der Spieler am Zug ist. Kanus bewegen. Hat man eine Zahlenkarte gespielt, werden jetzt die Kanus bewegt. In dieser Phase können Edelsteine gesammelt werden. Wetter beeinflussen. Hat man die Wolkenkarte gespielt, wird jetzt die Wolke um ein Feld nach links oder rechts bewegt. Fluss bewegen. Waren alle am Zug, bewegt sich nun der Fluss. Es werden so viele Plättchen eingeschoben, wie der niedrigste Zahlenkarte plus Wetterwert ergibt. Minimal 0. Rundenende Der Startspieler gibt nun den Schwimmring an den linken Spieler weiter und die nächste Runde beginnt. Die Paddelkarten bleiben liegen, bis alle sieben ausgespielt wurden. Dann bekommt man alle zurück. Spielende Sobald ein Spieler entweder fünf verschiedene Edelsteine, vier gleichfarbige Edelsteine oder sieben beliebige Edelsteine hat, endet das Spiel. Die laufende Runde wird noch zu Ende gespielt. Spielende weird das Spielende fox und Untertitelung des ZDF, 2020